Hallo, liebe DTR, Travon, AI wieder mit Nifel Bidana Korn 2. Und wir haben ja schön ähm Ikea schon begonnen mit zwei Sachen Siegen Haushoch sogar und ja, auch lieber zu sein dritter Haushochersieg hoher Sieg und ähm, ja so, wir fahren mal zum Rundkopf und aktiviert GPS weil ich jetzt nicht genau was Bus ist, aber Schatz, ich bin auch in der Nähe ja, ich glaube euch gefällt es ich habe mich nicht mehr weggeteilt ob sie halt nicht vor ähm, ja da hat mir noch keiner geschrieben, wer hier richtig nehmen soll oder so einen Wagen dann machen wir noch ein Info-Video also ihr müsst halt wirklich schicken ein Foto oder so ja ooo 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 oo ooo 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 so hier hier die 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 von Aber, ja, das hat läuft nicht. Wir entfangen uns von allem, aber der andere ist nicht so... so eine Kette, so eine Kette. Moment, wo spielen wir? Ja... Ich hoffe, wir schicken wirklich mal ein paar Fotos. Also wenn dann... Ich hoffe, dass wir deinen genauen Wagen nachbauen können, nennen wir das. Das ist dann so schön. Ja, ähm... Wir können natürlich nicht, wenn wir jetzt im ersten paar Rennen sind, im ersten Winter, wir können nicht zum Tee zum Beispiel, oder die Tee uns im Bild schicken. Das können wir erst später machen. Ja... Ja, also wirklich auch Wagen, die wir jetzt frei haben. Vielleicht auch die Infovideos, werde ich auch die Wagen zeigen, die wir frei haben. Wir werden alle Teile zeigen, die wir frei haben. Werden die auch irgendwie... Richtige Bilder... Die wir auch wirklich nachbauen können, die Wagen hat. Ähm... Ja... Das letzte Gefühl, endlich... Den Link, wo ihr es hinschicken sollt, schicken wir euch auch noch. ... ... ... ... – ... ich wollte mal fragen ob wir in den Infovideos nicht sprechen sollen dann müsst ihr uns mal fragen was ihr wollt und meine Fragen an euch jetzt mal ob ihr mal ab und zu ein paar Videos mal Musik von UKF eintreten wollen weil wir haben auch alle die UKF die ich hab alle online gestellt muss einfach UKF eingeben für YouTube und ja wenn wir wollen können wir es mal machen dann machen wir es wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich ja Sprüche auf eure Antworten wenn das jemand macht für mich und ja also das ist ein Video nochmal das wird heute Abend das heute am 1. Mai vielleicht das Infovideos rausbringen dann sagt euch den Link wie gesagt ich sage mal weiter den Link an so ungefähr in jedem 25. Video werde ich den Link erwähnen falls wenn Leute mit später wieder gucken dass da sie den Link auch wissen ja und das ist ein Ausrohrsicht da wird ein Wichuuu Oh nein mein Dank Nein Ja mal kurz zu vorstellen wir haben seht ihr ja immer die unter uns der Loser 10 Sekunden nicht schlecht ja und hiermit verabschiede ich mich von euch ich sag wieder Ciao und bis zunächst mal bei Nefos mit Anna Crown 2